Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Inkscap hat eine neue Version rausgebracht, hat hiermit auch ein neues Werkzeug veröffentlicht. In diesem Kurzvideo möchte ich euch dieses Werkzeug näher bringen. Ich habe dieses Thema auch schon in den beiden vorhergegangenen Videos bearbeitet, allerdings könnte das dort untergegangen sein in dem einen relativ langen Video. Beim ersten Video sind alle Neuerungen der Version 1.3 vorgestellt worden. Und jetzt möchte ich nur auf dieses Thema eingehen. Ich habe hier jetzt einmal mehrere Figuren gezeichnet, zwei Rechtecke, zwei Ovale und einen Stern. Das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Ich gehe einmal jetzt hier und markiere alle Figuren, kann hier dann raufgeben auf Formerstellungswerkzeug und jetzt habe ich folgende Möglichkeiten. Ich kann hier auf das Plus tippen, das heißt ich möchte diese Teile, die ich hier jetzt antippe, behalten. Und der Rest verschwindet dann. Ich gehe einmal hier jetzt rauf. Ich sage, ich möchte jetzt nur diese Teile vom Stern behalten. Mit der gedrückten linken Maustaste habe ich auch gleich eine Vereinigung. Steuerung Z, wenn ein Fehler passiert, ich kann jetzt diese Teile auch komplett vereinigen. Wenn ich hier sauber arbeite und mit der linken Maustaste drauf bleibe, habe ich jetzt nicht besonders gut geschafft. Das heißt, diese Teile bleiben mir dann erhalten. Ich gehe dann auf unser Auswahlwerkzeug und ihr seht, hier haben wir unseren Stern, der übrig bleibt. Ich könnte dann jetzt auf Fahrt, Vereinigung gehen und habe jetzt ein Objekt. Weiters kann ich hergehen und das Spiel umgekehrt spielen. Markiere wieder alle Figuren. Gehe auf Formerstellungswerkzeug und drücke nun dieses Minus. Jetzt kann ich alle Teile entfernen, die ich nicht haben möchte. Gehe einmal hier her. Wenn ich die Maustaste gedrückt halte, kann ich alle Objekte gleichzeitig markieren. Und nun gehe ich auf Auswahlwerkzeug. Und ihr seht, hier haben wir unseren Stern schon entfernt und alle anderen Objekte sind übrig geblieben. Das ist der ganze Zauber. Hier dieses Werkzeug könnt ihr in vielen verschiedenen Möglichkeiten anwenden. Manchmal kann man sich auch diese relativ kompliziert zu merkenden Fahrtmöglichkeiten ersparen. Ich arbeite persönlich sehr gerne damit. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba. Servus. Und auf Wiedersehen.